Musik 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 Jo, hier bin ich wieder mal, der Jesse. Und es geht los mit dem neuen Let's Play. Sherman King, Master of Spirits. Jo, was gibt es denn noch? Optionen. Jo, Deutsch nehme ich mal. Spiel starten. Neues Spiel. Da es blind ist, fange ich besser erstmal auf normal an. Tolles Wetter heute. Hättest du es wirklich für eine gute Idee, mitten im Charmanturnier den Volllinks heraushängen zu lassen? Glaub bloß nicht, dass das noch lange so weitergeht. Morgen früh ist wieder Training angesagt. Haha, armer Jo, lass dich nicht unterkriegen, Junge. Du wirst selber ein bisschen trainieren, hohoho. Schließlich kannst du dich zulassen, dass Jo besser ist als du. Hört sich so an, als wären alle vom Kampfgeist beseelt. Lass dich nicht abhängen, Ren. Für wen hältst du mich? Ich lasse mich nie abhängen, außer wenn es zu meiner Strategie gehört. Und das tut es nicht. Wie dem auch sei. Es ist doch ausgemachte Sache, dass ich gewinne und zum Schamanenkönig gekrönt werde. Achtung, Jo, wir haben Besuch. Wer bist du denn? Befindet sich eine Anna Kiyoyama unter euch. Vielleicht? Kommt davon, was du von ihr willst. Wer bist du? Du bist also Anna. Ich suche etwas, das du besitzt. Das Buch der Schamanen. Und ich werde es dir abnehmen. Du hast uns deinen Namen noch nicht verraten. Natürlich. Die ach so wichtige Samurai-Etikette. Man nennt mich Magister. Du kannst Amidamaru sehen? Dann bist du wohl ein Schamane. Ich kann mich noch erinnern, den Namen Magister auf der offiziellen Teilnehmerliste gesehen zu haben. Sag mal, wo kommt der denn plötzlich her? Genug. Ich schaffe ihn aus dem Weg. Bleib mal schön ruhig, Leute. Es scheint keiner von Sekis Männern zu sein. Hören wir uns doch an, was er zu sagen hat. Ich habe nichts zu sagen. Ja. Natürlich. Ich bin nur hier, um das Buch der Schamanen zu holen. Was willst du damit anstellen? Ich möchte Mephias zum Leben erwecken. Wen? Mich brauchst du nicht zu fragen. Mephias! Der Wächter der Dämonen! Er hat vor sehr langer Zeit das große Schamanen-Turnier gewonnen. Vor 4.500 Jahren. Sag mal, Silver, wie lange lebst du? Er hat das Schamanen-Turnier gewonnen. Dann muss der Schamanen-König gewesen sein. Sach bloß. Was hat das alles mit dem Buch der Schamanen zu tun? Glaub ich es so nicht. Er will diesen Mephias herbeibeschwören. Aber, da Mephias zum Schamanen-König gekrönt wurde, ist er unglaublich mächtig. Magister hier braucht das Buch der Schamanen, um ihn zu kontrollieren. Oder kontrollieren zu können. Ich will weder seinen Geistbeschwör noch ein Medium benutzen, um eine Geisterkontrolle zu führen. Noch will ich ihn als Doshi, was auch immer das ist, kontrollieren. Mephias tun wird. Ich werde mir Mephias wieder zu seinem alten Ruhm verhelfen. Er wird leben, wie er einst gelebt hat. Sein Geist wird in seinem Körper zurückgehen und sein Blut wieder durch seine Adern fließen. Eine wahrhafte Wiedergeburt. Eine wahrhafte Wiedergeburt. Damit du dir über die Fähigkeit eines Schamanen-Königs verfügen kannst, ohne selbst ein Schamanen-König werden zu müssen. Du könntest... Du könntest es mit Seki aufnehmen. Ha. Wir haben genug Zeit mit diesem Geschwätz vergeudet. Übergebe mir das Buch der Schamanen. Das würde dir so passen. Du lässt mir keine andere Wahl. Ich wende ja nur ungern Gewalt an, aber... Lass die Finger von Anna! Du willst das Buch also nicht hergeben? Anna, du darfst es ihm nicht überlassen. Jo, hier, das Schwert des Lichts. Ich hab's. So sieht dein Plan aus. Hä? Mein Schwert ist grad weggeflogen. Arrk! Nein, Ryu! Wenn du zu stark daran ziehst, wird es... Verflixt, die Belleter sind alle Winde zerstreut. Ich muss sofort die Seiten finden, für das geheime Ritual erklärt wird. Halt! Der hat es aber schnell verdünnisiert. Das Buch der Schamanen ist zerrissen worden. Wir müssen die Seiten einsammeln, und zwar schnell! Überlass das nur uns, Anna. Na, wir werden die Seiten für dich einsammeln. Ich seh mir Tukagoro bei den Shinto-Schreiben nach. Meister Jo, nimm mal ein Ersatzholzschwert, bis du das Schwert des Lichts gefunden hast. Ein Holzschwert ist im Kampf immer noch besser als die bloßen Hände. Danke, Ryu. Seh mich mal auf dem Friedhof um. Ich werde mit den großen Schamanenrat sprechen. Mal sehen, ob die nicht mehr über diesen Typen wissen. Wirkt auf mich gar nicht so böse. Also gut, Anna und Manta, wollt ihr mir helfen, hier zu suchen? So. Jetzt kann ich in vier verschiedene Richtungen gehen. Start drücken, um das Menü aufzurufen. Ah, cool, hier kann ich speichern. Ja. Status. Ah, ich hab 120 DP und 80 SP und 1000 Yen. Quote 0%. Ah, was haben wir noch? Ah, ich hab Amin Damaru. Als Geist. Halo Bomb. Yeah. Was haben wir noch? Objekte? Hab ich gar keine. Was gab's dann? Ah, einen Shop gibt's ja auch. Welcome. Sushi-Ahalter 20. Sushi-A. Kauf ich mal eins. Was gibt's noch? Hotdog. Kauf ich mal auch mal einen. Dann noch ein paar. Was gibt's noch? Nichts. Please come again. Ich würde sagen, ich gehe mal nach rechts. Springen. Angreifen. Halo Bomb. Und Amin Damaru Attacke. Ich weiß nicht, läuft das denn flüssig? Also ich finde, bei mir im Spiel leckt das ein bisschen. Yeah, Geld gefunden. Da oben war was. Wurde hin. Au. Hey, zieh mir nicht so viel ab. Hm. Ah, ich glaube, von hier kann ich da hin. Höher. Höher. Yes. Noch mehr Geld. Heuer. 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 Und runter. Zombies. Ey, nicht Zombies. Wie ist denn die Dinger? Keine Ahnung. Unis? Irgendwie so. Und hoch. Und hin. Und noch mehr Geld. Ja. Sollen wir sehen. Da hinten gibt's doch sicher auch was. Ja, noch ne Truhe. Und noch mal Geld. Geil, ich werd reich. Und da hinten ist nichts. Yeah. Also links sieht man, ich glaub, diese Geisterleiste. Hier für Amin Damaru. Da geht jetzt ein Stückchen weg. Was dir eins heißt wird, weiß ich nicht. Höher. Und über mir ist meine Energieleiste, nehm ich mal an. Wo ich eben schon einen Schlag kassiert habe. Auf, ins nächste Gebiet. Weg. Ach gut, dass die Gegend noch mit einem Schlag sterben. Höher. Und noch mehr Geld. Yeah. Ich werde scheiße reich. Nein. Hm. Ah, du kommst wieder. Brav. Ah, noch ne Truhe. Höher. 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 Und weg mit dir. Und weg mit dir. Und. Oh. Sieht schon härter aus, aber. Mit einem Ankombo ist er tot. Hey, der wollte mit Stein nach mir werfen. Hm. Au. Das war fies. Dich unter mir zu stellen. Also ich weiß noch, aus dem zweiten Teil gibt es auch Heil-Items. So Früchte und sowas. Aber ich habe bis jetzt hier noch keine gesehen. Ich habe immer noch Geld. Und Halo Bomb. Yes. Wow. Wow. Stirb. Oh. Hä? Aber das war nur, um diesen unteren Teil zu überspringen. Ach toll, ich dachte, hinten kommt noch was. Hö. Energie. Achso. Das war schon das erste Level. Ja, ich kann da hin oder da hin? Warte, gehen wir mal da hin. Eine Ruine. Ein Totempfahl. Okay. Hier kann ich wohl nicht weiter. Dann gehen wir... ...da hin. Was bist du denn? Au. Verdammter Boxer. Stirb. Ey. Warum zieht ihm Amidamaru nichts ab? Hallo? Überspringe ich dich einfach? Verdammter Idiot. Kann man da rein? Ja. Wow. Ich falle. Tut er mir weh? Stirb, Fisch. Ich mag keinen Fisch. Ih, da unten sind Stacheln. Stirb, Dämon. Stirb, Dämon. Stirb, Fisch. Stirb doch alle. Ah, hier kann man hoch. Yeah. Und noch mehr. Fische. Und Dämonen. Und Stacheln. Und eine Magatama-Perle. Okay, da kann ich nicht langen. Was war die Magatama-Perle nochmal? Hi, noch so ein Boxer. Hm. Ich glaube, ich habe eine Methode gefunden, um ihn zu besiegen. Wow, wow, wow. Moment. Heilen. Items, Items. Da. Benutzen. Ja, ja. Komm her. Und zieh dem nichts ab, verdammt. Ach, Kacke drauf.